Ausgegebenen Anlass unseres Unterrichts heute Nachmittag, kann man singen lernen bzw. wie viel ist bei einem Sänger Talent und wie viel ist es harte Arbeit? Ich denke, das ist wie allem im Leben. Talent ist das Witzigste, entweder man hat es oder man hat es nicht. Und durch Arbeit kann man das ergänzen und noch mehr daraus machen, aber die Begabung muss schon da sein. Und du nimmst dir meistens immer das vor, was da ist und versuchst dann so an den Ecken ein bisschen das weiterzuentwickeln? Das ist richtig. Also meine Arbeit an der Hochschule jetzt oder überhaupt beim Coaching ist zu versuchen, die Person zu erfassen, wo hakt es, wo sind die Schwachpunkte, wo sind die starke Punkte und in deinem Sinne dir Hilfestellung zu geben. Ja, zunächst mal eine ganz andere Frage. Wie bist du selber zum Gesang gekommen? War das eine langsame Entwicklung? Also ich muss sagen, es war keine bewusste Entscheidung, Sängerin zu werden. Ich habe sehr intensiv studiert in der Kindheit, Klavier und Geige und Ausbildung, klassisch und so. Also Musik war ein großes Teil vom Alltag, vom Kleinen auf. Und das Singen kam dazu und nach dem Abi, als ich irgendwie arbeiten wollte, dachte ich, was kann ich? Und das war Singen und Klavier spielen. Und also die Popmusik der Zeit, halt aus dem Radio nachgespielt und so langsam reingewachsen. Genau, das war damals in Australien, nicht? Richtig, ja. Und hast du jetzt im Laufe der ganzen Zeit, wo du dich mit Gesang, ich habe das vorhin erwähnt, du warst Musicalsängerin, aber du hast auch mit allen Größen des Popmusik zusammen Musik gemacht. Hast du jetzt so allmählich so dein Ding gefunden, wo du sagen würdest, das ist mein? Ja, ich denke stimmlich, weiß ich schon, wo meine Stärken und Schwächen sind natürlich, das ist wichtig zu erkennen. Aber ich bin gerne vielseitig und der Beruf macht mir nur Spaß, wenn ich immer ganz viele verschiedene Sachen mache. Ja, das ist mir heute nämlich auch aufgefallen, meine Damen und Herren. Und zwar hatte ich heute den Stern in die Hände bekommen und wenn man da die TV-Beilage aufschlägt, dann findet man direkt auf der Seite 2, hier zunächst auf Seite 1, das kündigt schon etwas an, der Herr Olli Dietrich, den sehen Sie da gleich. Und dann auf der zweiten Seite, so, jetzt muss ich das mal hier kamerafreundlich umdrehen, sehen wir in der Mitte eine Dame und Jane, vielleicht kannst du schon, wir erahnen es schon, du bist es, einmal zu diesem Projekt etwas sagen. Ja, das ist ein sehr neues Projekt, es geht jetzt gerade los, nächste Woche haben wir Veröffentlichung von einem Album, das ist eine Band, die Popsong spielt im Country-Stil und wir haben jetzt, das geht ziemlich rasant schnell, Plattendeal bekommen, was anfänglich so eine Spaßgeschichte war, wurde jetzt plötzlich etwas größer. Olli Dietrich spielt Schlagzeug in der Band, ich singe, Fleming Olsen ist auch Liedsänger, Uwe Frenzel spielt Bass, Markus Schmidt spielt Gitarre und wir gehen auf Tour, wir haben ein Album jetzt nächste Woche auf dem Markt, wir treten bei Stefan Raab in TV Total auf. Ja genau, nächste Woche am Donnerstag. Und da wird man dich auch singen hören. Das ist richtig, ich sing die Single, das ist Like a Virgin von Madonna. Ja. Auf.